was geht leute herzlich willkommen hier zu diesem vlog dem ersten vlog wir sind ein bisschen angekommen und wir zeigen euch jetzt erst mal unsere kleine bescheidene wohnung die wir hier haben und ich bin gerade draußen es ist arschkalt und mal gucken ob jemand aufmacht macht die türoflang hallo kommt rein also wir haben hier eine toilette ich mache das jetzt mal so stehe mal die kamera lieber wir haben hier eine toilette hier haben wir hier eine toilette hier haben wir eine schöne bescheidene dusche hier haben wir wieder mich und hier haben wir noch mal mich dann hier ist vizi kennt ihr ja schon ein richtiges klo kannst hier rein kacken und hier ist der latschengohl hier zu ey ist fertig da ist unser zimmer nicht aus da ist davids bett da ist mein bett da ist fernseher voller komische fernseher das ist unsere aussicht es lässt wasser runter das ist meine tasche dann haben wir hier das zimmer von dem unbekannten wir haben ein fernseher für das wohnste macht kann daran liegen dass wir alle gerade eingekauft haben was wir hier brauchen da ist unsere box ja und unser fernseher noch und unser fernseher noch das ist ein kabel dann haben wir hier unsere küche hier voll modern die mikrowelle hast du nicht weh doch und hier die sachen die wir eingekauft haben fix popcorn kein product placement alles hier Milch gut für die augen gut für die augen gut für die augen gut für die augen natürlich auch was gesundes banan jetzt kommen die fetten dinge raus ich weiß gar nicht was das ist ich weiß nicht mal was das ist äh zucker ja eine avocado zweite avocado gut für das herz ein kürbis welcher arschloch kauft kürbis alter warum hat eigentlich ein kürbis gekauft nur um zu sagen welcher arschloch auf kürbis gekauft käse wir sind nur drei tage hier heute morgen und den halben samstag so da ist mein ananas mein ananas und das beste kommt zum schluss was ist das Schokolade für drei tage vor allem das witzig ist dieser wir sind mit so einer person hier mit davids vater sind wir hier und anstatt er so eine rausnimmt greift er so mit der hand rein und sagt ja für drei tage kurva ja ich drehe mal wieder die kamera hier und ja jetzt gehen wir in den keller ja hast du ausgemacht oder nein hier ist eine barschmaschine zwei barschmaschinen hier ist sogar ein kühlschrank oder doch da kommen wir nicht rein was ist das hier die verbotene Kamera ist schreckend au hier ist der chillraum so das ist der chillraum hier ist noch so ein Schrank oah gegen was bist du denn da genau gegen die wogen die Lampe das witzige ist ja hier ist mein Kopf und da ist die Lampe da hinkt eine Kuh oder was da hinkt eine Kuh oder so so und jetzt kommt das geilste warum ist hier ein gigantisch woher oh hier 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 muss man doch mit allen anspielen Hey David, wo sind wir gerade gelandet? Erzähl mal. Ich weiß nicht, du. Das heißt, wir sind in den Bergen und wir sind jetzt irgendwie ganz plötzlich in Österreich gelandet. Am liebsten würde ich da hochlaufen, ne? Oh, scheiße, das ist alles gerade da oben. Glaube ich dir. Ich würde da am liebsten runterfahren. Sag mal, wieso willst du Blitz machen am herrlichen Tag, he? Kameram? Ich glaube, da ruhen so. Wenn wir noch was schönes sehen, melden wir uns auf jeden Fall. Aber das ist auch schön, die Rallye. Für die Landschaft. Das Wasser ist ja aber klar, wenn man überlegt, guck mal. Ja, ja. Später. 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 Boah, inshallah wo wir durchfahren müssen. Heilige Scheiße, Alter. Aber geil. So was will ich in Dortmund auch haben. So eine Gollumhöhle. Arthur, kommst raus! Arthur! Er ist nicht da. Krise. Oh, da sind wir wieder. Wir sind hier ein bisschen rumgefahren heute. Wir haben hier und da mal was gesehen. Wir sind bei den zwei Schlössern vorbeigefahren. Schloss Hohenschwangau und Schloss Neuschwanstein. Was ist denn da? Der hat hier eine Nazi-Technik gemacht. Wo? Hier vorne. Mach das mal weg. Ja, ich hab das auch schon gesehen. Oh, du willst da rein? Das sieht richtig episch aus, Leute. Ohne Witz, guckt euch diese Scheiße an. Ohne Witz, guckt euch diese Scheiße an. Unser erster Eindruck von Fissen, Alter. Diese Gegend ist unnormal geil. Also, es gibt Leute, die wohnen hier. Und das ist Standard-Video. Ich kann mir niemals vorstellen, dass es für mich Standard ist. Vor allem, ey, wir wollten heute eigentlich gar nichts machen von mich. Ich bin sechs Stunden durchgefahren. Ich bin todmüde eigentlich. Aber ich dachte mir so, komm. Ich setze mich so auf den Tisch. Ich trinke meinen Tee. Diesel, 1,11 Euro. Leck mich. Und sehe dann auf einmal so in den Bergen, so einen kleinen Weg hinter dem großen See. Unser Bungalow ist am weißen See und dahinter gibt es so einen Weg in die Berge. Ich dachte mir so, komm, da fahren wir lang. Wir fahren so da lang. Hau mal rein. Erstmal fahren wir voll den falschen Weg in die Berge rein. Irgend so ein Jäger hat uns da dann wieder verscheucht. Danach sind wir den normalen Weg hoch zum See. Haben da ein paar Fotos geschlossen. Die Aufnahmen haben wir ja gesehen. Sind dann noch durch die Scheiß... Boah ey! Das ist die Sommerrudelbahn, ja? Das ist ja, genau. Hier ist eine Rudelbahn. Da ist sogar frei Eintritt mit der Königskarte, glaube ich. Aber ich glaube, die fährt nicht. Die zu kalt rum rein. Ja, das schmeckt man da. Ähm. Das sieht man vielleicht nicht. Oder was man sieht. Aber da, diese fetten Berge. Und alles nicht mehr normal. Irgendwo ist der Tunnel, ja? Ja. Auf jeden Fall sind wir dann durch die Gebirge gefahren so. Wo eigentlich das auch... Wo ich mich gar nicht mit dem Auto langfahren durfte. Aber egal. Ja. Auf jeden Fall der erste Eindruck, mega geil. Die Schlöster, mega geil. Die Gegend, mega geil. Auf jeden Fall dieser Ort hier ist mega geil. Und es ist mega schade, dass wir nur so jetzt drei Tage da sind. Auf jeden Fall werden wir das irgendwann mal nachholen. Und wir werden so viel versuchen von diesem Ort auf Film zu kriegen wie möglich. Ich würde einfach sagen, wir melden uns wieder, falls irgendwas passiert und filmen wir in Österreich. Wir sind schon in Österreich halt dabei. Wir haben ja keine Tankstelle dann. Hier ist keine Tankstelle. Peace out. Peace Leute. Wir sind jetzt hier am Ende des Tages und verloren wir. Und jetzt kriegen zwei Handys auf dem Tisch. Und das eine ist am Zocken. 18 Uhr 2. Wir haben jetzt gerade 18 Uhr 2. Ähm. Ich habe mir hier gerade schön anerlasst. Ich esse Kekse. Geschnitten. Keine Werbung. Wir essen jetzt noch ein paar Kleinstigkeiten. Wir beenden uns wieder hier. Und wir sagen einfach mal. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen wieder. Mit einem neuen Video. Auf dem Kanal. Rogers. Bis morgen. Auf dem Fall. Danke fürs Zuschauen. Ciao Leute. Ciao.